Hallo meine Freunde, heute kommen wir zum, ähm, zum vielfältigsten Video, weil ich immer denke, ich werde diese einifyieren. Da noch keine Ahnung, dann sind sie eingeladenicensing gewesen. Wir haben einen von Sambrock, also,ánhenne ich einen von, einer Sänger, den ich noch nichts die ich kenne. Ich weiss, der Typ macht Musik. Und ich finde auch, dass er auch was macht. Sag ich mal, hier haben wir Sambra, überall, überall schon Sambra, Sambra. Und hinten haben drei Mal, drei Tracks, also dreimal Capital Bra. Doch, dreimal. Ich zeige euch mal, ich lege es hier hin, ich zeige es. Dazu, und zwar, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Türkisch von der Sprache ist, J, Pi, Yad, Gia. Ciao, Bräum. Ich weiß nicht, ob ich es hier hinweckte. Ich weiß nicht. Jetzt ist es noch ein paar, zwei, drei. Sambra! Sambra! Ach so, wir wollen wir uns jetzt. Sambra! 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 Das mache ich immer schon so. Samura. Und da einmal. Schaut man da drauf. Musik. Bra. Bra. Schaut da drauf. Bra. So, ich muss jetzt jetzt laufen. Da ist ein Glamm. Aber ich schuhe. Meine Pflicht. Oder ein Bett. Da, jetzt ist es doch gut, nicht? Doch, doch. Jetzt kriegen wir das Beste. Ah, der Leck. Also, CD. Noch nicht los. Ba-ba-ba-bliet. Wo er die CD auch. Und los, sonst? Halt aus. So. So, wir haben eine Sambara. Wir haben eine Sambara. Die kostet, das habe ich zu dir, eine andere Box. Also, wenn ihr eine Box habt, gibt es eine andere Box. Und die haben die auch. Die hat für 29 Franken, 95 hat die gekostet. Die gibt es, glaube ich, nur 13 Mal noch. Das ist jetzt die einzige CD, die ich habe. Und wenn ich jetzt mal habe. Also, wenn ich mal sage. Okay, ich mache mir ein Geschenk für meinen Kollegen. Oder für meine Kollegin. Dann. Ist also ein optimales Geschenk. Für jeden, der gerne ein bisschen poppige Musik will. Oder etwas will. Hat sich das heute. Gabriel. 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 Ich weiß gar nicht. Dann haben wir auf du. Dann haben sie auf du. Dann haben sie auf du unten dran. Gib please. So. Please. 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 Und wenn jemand in Sprache ist, schreibt es mir in die Kommentare, wie die sie es auch weiss. Die nächste CD ist von. Laura Dana. Naja. Die sind aber Zürcherin. King. Loredana. Innen. Tracks sind vor. Mero. Sick. Auch die Tracks, die man eigentlich kennt. So. So. Jetzt haben wir den Öffner. Oh. Sie haben hier gezeigt. So. Fertig. So. 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 . So. So. . So. 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 das gemacht. Und zwar das erste Mal habe ich mir gedacht, okay, was passt jetzt? Und dann habe ich gesagt, okay, dann können wir da mal mit der Nase anfangen. Halt euch jetzt keine Zeit zum Ding an. Also so hören wir jetzt, oder? Und zwar habe ich hier mit der Nase angefangen. Und da, mit der Lippen hinein. Dann habe ich da einen schönen Strich hinein gemacht, schön. Das habe ich ein bisschen gekannt bei den Frauen. Dann habe ich die Haare lang gemacht. Die Haare. Und dann habe ich da und gemeint, der Kopf wäre weg. Dann habe ich noch eine Hand gemacht, die so hübt, der Kopf. Der Krokodil. Und dann, wer bleibt? Jungs. Also Mädchen. Füße. Zopf. Es kann auch sein, dass es Elsa ist. Es kann auch Elsa sein, oder auch Ich habe auch noch Hündchen und solche. Fantasie gemalt. Ja. Ja. Die nächste Welt ist ja. Das hier. Ich habe mir gedacht, okay, schönes Tierchen passt immer. Genau kommt es mit dem Kopf aus. Ja. Also. Also wenn das, wer das Bild will, dass er nachher eine Frau malen will, einfach will, auch wenn es etwas bringt. Ganz kurz nachher schützen. Halt Moment. Ganz kurz schnell. Kann ich das kümmern? Was ist das? Wie ist das? Wie ist das die Farbe? Ich glaube, das war ein Schissdingtor. Nein. Blöd wäre ja rot. Also mein Allerbeinster wird vom 06.07.2020. Toll. Das war nicht nur die Leute. Eine Frau. Und zwar nicht zuerst. Die Haare. Dann haben wir hier, beim Gesicht angefangen. Das heisst. Das war normal. Jetzt haben wir mal normalen Kopf. Kopf gemalt. Und dann irgendwann habe ich den Todkopf aus dem raus gemalt. Jetzt habe ich auch ein bisschen gemalt. Ein bisschen probiert. Ja. Auch die Augen. Ich kann nichts an. Die Nasse vom normalen Menschen. Zumal. Die Augen. Die Haare. Die Lange. Da noch ein bisschen das Haar. Ja. Und wenn jemand ein Spiel will, kann man gerne auch nichts an. Oder ich komme hier zu schieben. Also es hängt nicht ganz kurz rein. Und zwar. Hot Wheel. Ich kenne ja Hot Wheel. Ich kenne ja Hot Wheel. Es sind nur die Autos, Oma. Hört. Wie kann man die? Ich hätte 2 Franken, 5 Franken oder so. In diesem Bag. Und in diesem Bag ist Bam. Das Auto drin. Zahlt ihr ein. Ich schaue es jetzt doppelt. Ein Sticker. Ich klebe da hin. Sticker. Ein Sticker. Zeig mal der. Die Stット. Dann hast du's. Nein, kann ich was jetzt machen, also da mache ich eine Scharn-Muschine, weil ich da bin ja des Zielfahrer. Aber jetzt hier hast du einmal Koret, der hat jetzt einmal, der, der da, der jetzt einmal, der jetzt einmal und der da ohnehin nur einmal. Ich habe noch mehr Sachen zum Holzzeiger, zum Metallurgisch, und auch zum, auch zum Metallurgisch. Oh, ich habe noch die Augustinie. Mal schauen, was wir noch haben. So, und wir haben noch mal eine Tegustinie. Dann haben wir noch roten. Noch einmal, jetzt zum Anholen. So, falls ihr mal wissen, wie es aussieht und sich einsammelt. So sieht es aus. Und wir sammeln jetzt ein paar 16 Stück. Die Mama weiß, dass man, weil die Löwe will. So, wenn wir gerade schon ein Video sind, zeig ich mir noch mal, was haben wir denn noch? So. 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 So ist mein Hobby, dass er jetzt unsere Frau merkt. Wenn ich es hier merke, dass wie es größer ist, dass es auch eine Frau ist, dann kann ich es auch warm werden. Ja, das ist besser. Auf die Auge braucht es erstmal. Ich fange immer die Sterne an, wenn ich mit dem Kopf die Augen formiere. Und die Augen formiere. Rein provisorisch näher. So auf das Ausserliche, weil mir geht es immer darum, ob sie eine Frau malen oder irgendetwas. Ich werde jetzt unerkannt werden. Also für mich ist es einfach so... Mal auch das Zeug, ich meine... Wenn man malen nicht so gerne, also... Wahrscheinlich ist es immer so... Wenn man sich malen, ist es auch schön aus, ich meine... Also wenn man aber jetzt... Frühliches... Nein, irgendwie... Frühlich... Machen... Also das ist jetzt auch nicht etwas... Brachsantes jetzt gewesen. Für mich ist es... Zeichnen etwas, was ich... meine... Fast jeder... Wissen sie... Wenn man aber überneint geht, zeichnen... Es ist das, was ich eigentlich... Astro... Malen... 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 Kann man das auch... Also kann ich nicht so etwas anders sehen. Aber... Bei mir geht es mir etwas aus. Malen... 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 Ich kann das korrigieren, ich korrigiere jetzt und ich mache jetzt die Augen, wenn man Lust tut, aber wie du siehst, und nicht sie etwas malen, sondern sie mir überlegen. Okay, aber later, okay, so und so ist es, dann ist es, ich kann auch, ich kann das nicht nicht aufgeben. ... ... Aber jetzt wird es so weggefallen. Aber jetzt wird es so weggearbeitet. Ich habe es jetzt so weggezogen. Ich habe es jetzt so weggebracht. Ich habe es dann bekommen. Ich habe es jetzt so weggebracht. Ich weiß ja immer, von der Frau hier, aber natürlich kann es ein bisschen totkopf machen, aber ich mache das allein. Ich mache auch etwas, wenn es mir gefällt, dann gefällt es mir. So zeichnest du das? Ich bin ein Mensch, heute auch ein bisschen. Aber diese Messerohren machen mehr blöd, oder? Ja, Leute. Okay. Ich habe keine Ahnung, aber immer. Immer. Ich bin ein Pharo, ich bin ein Pharo, aber... Ich bin ein Pharo... Ich bin ein Pharo etwas. Es ist ein Pharo, ich bin eini. Ich habe das gedacht, dass es gut ist, dass ich echt gut gemacht habe. Ich schaue mal auf die Zeit. Wie immer die Zeit, wie wir meine Frau gewollt haben. Boah, das ist... Ich würde nie wirklich sehen. Ich habe immer... Ich habe jetzt nicht gewohnt zum Malen. Das ist wie immer. Ich mache jetzt eher, wenn eine junge Frau... Ich mache immer Frauen. Aus einem Grund, warum ich es schön mache. Also, dass es ein Pertene Leben hat. Nein, das soll ich aber nicht. Ich mache immer etwas. Ich bin professionell. Das heißt, immer... Wenn das der Bogen ist. Ich mache es so. Das ist der bessere Bogen. Und wenn es wohl offen ist. Ich mache immer erst. So. Ich mache immer das erste Malen. Ich mache immer das erste Malen. Na aussehen. Und sie jetzt versiessen. Und sie jetzt versiessen. Ich mache immer die Kinder. Das ist so. Ich mache immer das. Und sie schaue es dann. Und sie melden. In diesem Malen. Und sie. Und sie schaue ich میere Ich mache es einfach. Es gibt immer eine Person, die ich kenne. Sollten Sie eine Person machen? Ich mache einen Horikotter. Ich sage euch mal einen Trick. Das ist eine normale Nase. Und jetzt, da, bringt doch der E-Schuh, der hat er weg, so, nicht er weg, jetzt haben wir jetzt den, was toll ist, wenn ich da mal da, das hat so zu beschädigt, dann mach ich ja böse, nötig, wenn sie ja klebbar werden, ja, wir haben ja immer klebbar, so ist es wirklich, das hat da ja, sie, mach ich auch immer, so, kein Linn, kein Linn, wenn es da ist, jetzt nochmal, mach ich mal die Haare, mach ich mal eine Lübe, mach ich mal Haare halt aufs Seite, zum Mann oder eine Frau, mach ich mal eine Frau, ja, da hab ich dann mit der Frau gemacht, Berlin, plus da, das mache ich jetzt noch eine Frau, mach ich mal, waaah, ja, komm mal, ja, komm mal, ja, 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 das ist das 7. ja, lass mich da oben da, bei, ja, ich komme auch, ja, ja,